Liebe Zuseerinnen, liebe Zuseer, allmählich bin ich schon von einem Art Megalith-Mauer-Verfolgungswahn verfolgt und für mich ist schon alles eine Megalith-Mauer. Es ist hier eine merkwürdige Struktur, aber ich glaube, das ist eher natürlicher Provenienz, aber es schaut zumindest streckenweise, zum Beispiel hier, das schaut ein bisschen merkwürdiger aus, aber ist egal. Auf eine Verschwörungstheorie mehr oder weniger kommt es auch nicht an. Ende.